Oh mein Gott, Leute, schaut euch einfach mal diesen kranken Villager an, der auf dem Boden am Verbluten ist. Allerdings hat der Villager ein dunkles Geheimnis und zwar steckt ein Geist darin, der einfach mal aus dem Körper herausfliegt. Warum dieser Geist einfach mal im Villager drin steckt und was dieser Geist damit zu tun hat, seht ihr am Ende des Videos. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, let's go. Haut alle ab aus diesem Villager-Dorf, ich will euch hier nicht mehr sehen. Die ganze Ernste gehört mir. Haut alle ab, haut alle ab. Sinti, was will der von uns? Warum? Warum sollen wir abhauen? Wir bleiben hier, du hast uns gar nichts zu sagen. Du hast uns echt gar nichts zu sagen, mach das den Landgewinnskollege. Du gehst, nicht wir. Du gehst, wir gehen nicht. Ach, ihr könnt mich mal. Ich werde euch aus dem Dorf vertreiben und wenn es das Letzte ist, was ich hier in Minecraft erreiche, das Villager-Dorf gehört mir. Ey Sinti, der ist verrückter Typ. Das glaubt er wohl selber nicht. Das glaubt er wirklich nicht. Lass uns in Ruhe, Mann. Komm Sinti, wir gehen wirklich. Dann zeigen wir es irgendwann noch. Irgendwann zeigen wir es dem. Was ein verrückter Sinti. Denkst du nicht, wir können den mal pranken? Das hat er sich schon verdient, ne? Das hat er sich echt verdient. Und ganz ehrlich, ich habe sogar schon eine Idee. Hast du noch hier von Opa Francesco diese komischen Fake-Rassblöcke? Natürlich, die habe ich in meinem Rucksack dabei. Ich würde sagen, wir locken den einfach in eine Falle rein und hauen wir mal ganz kurz die Schaufel rüber. Das hat er sich so verdient, Pat, ne? Oh, was von. Ey, ganz ehrlich, hast du mal gehört, wie verrückter geworden ist? Ey, der ist wirklich... Also der hat zwar schon viel in diesem Dorf gerissen. Das ist ja anscheinend so ein... Wie hieß denn der nochmal? So ein Schmied, der recht viel hier auch gemacht hat. Ja, genau, genau. Ah, Sinti, werfen wir nochmal die Spitzhacke runter. Hab ich voll vergessen. Spitzhacke. Sinti, lass mich hier unten nicht alleine. Hallo, geht's noch? Ja, ich gucke. Ich halte auch schon, dass keiner kommt. Ja, okay, super. Was brauchst du noch von mir? Ja, warte. So, Spitzhacke haben wir am Start. Essen, hast du alles? So, genau. Ich hab eigentlich... Wobei, ja... Denkst du noch tiefer, oder? Ah, nee, das... Ja, wobei, er soll ja auch nicht sterben. Es soll ja nur ein Prank sein. Ja, stimmt auch, ne? Nicht zu tief. Ja, das soll reichen, Pat. Komm wieder hoch, schnell. Sollte passen, so zack, dann heißt es jetzt, nehmen wir uns einfach mal so ein bisschen von diesen Grasblöcken. Pat, komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Ja, ja, warte, warte. So, Grasblöcke rüber, guck mal. Und jetzt kann man hier einfach sofort durchfallen. Ey, das wird so lustig, Sinti. Wir reden nochmal mit dem, äh... Hallo, Villager. Na, wie geht's dir? Alles gut? So, wir haben uns das nochmal anders überlegt. Uns nochmal folgendes. Wir hauen ab. Sinti und ich, wir haben beide ab. Wir suchen uns was Neues. Ja, du hast recht. Wir geben dir die ganze Ernte. Wir haben es eingesehen, ne? Viel Spaß damit, ne? Genau, viel Spaß damit, genau. Na, sieh mal einer an. Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt abhauen. Hört doch einmal auf dem Chef von diesem Dorf. Oh, Mann, ey. Ihr habt mich mal wieder gehabt. Okay, okay, okay. Ja, aber davor wollen wir nur eine kleine Überraschung machen. Wir wollen nicht... Wir haben nicht... Wir haben nur was Kleines vorbereitet. Komm mal am besten mit uns mit. Komm mit, komm mit. Oh, Überraschung? Was für eine Überraschung denn? Was wollt ihr mir denn anbieten? Ich hab doch die ganze Ernte. Ja, es wäre ja keine Überraschung, wenn du nicht mitkommst. Also, komm mal mit, Kollege. Hehe. Okay, komm mit, komm mit. Aber es darf kein anderer mitkommen, ne? So. Einmal hier ins Land. Ist nur für dich, weil du der Chefe bist, ne? Genau, nur weil du der Beste bist. So, komm her. Ja, ich weiß, du tarnst dich da gerne im Gras. Aber komm mal mit. So, einmal hier durch. Hier zu mir, Pat. Ich bin schon da. Hier hinten ist es beim Wasser. Da hinten ist es, ne? Beim Wasser. Genau so. Ach, schön, schön. Na, du musst hier ein bisschen genau so. Jetzt hier einmal rüberlaufen. Ah! Hahaha! Der hat geklappt. Ist der verrückt. Oh Gott, ey. Das war ja viel zu einfach. Den haben wir so sprang, Pat. Viel zu einfach, wirklich. Hammer. Hammer. Na, jetzt lacht der nicht mehr, oder? Nee. Ich heiße, hallo? Hallo? Pat? Ja? Der sieht gar nicht gesund aus. Also, hallo? Der soll auch nicht gesund aussehen. Der soll schon nie geprankt werden. Das war schon Ziel davon. Pat, ich glaube, wir haben das Loch zu tief gebaut. Was meinst du denn? Schau mal runter. Ah! Was machen wir? Oh mein Gott, Siti, was haben wir gemacht? Warte, komm, komm, wir gehen mal runter. Wir gehen mal runter. Hallo? Ey, lebst du noch? Villager, hallo? Hallo? Villager, bitte reden wir uns. Komm runter, komm runter, komm runter, komm runter, Siti. Siti, komm runter. Wir müssen zubauen. Mach schnell zu, mach schnell zu da oben. Zack, zack, zack. Mach irgendwie zu. Das hat mir keiner gesehen. Das hat mir keiner gesehen. Alter Schwede, wenn das nicht mehr erfährt, wir kommen in den Meinknast. Wir kommen in den Meinknast. Siti, die letzte volle Kanne erwischt. Schau dir den auch an, Mann. Wir sind zu weit gegangen. Was wollen wir tun, Mann? Das hätten wir nicht machen dürfen. Es war doch nur ein Prank. Es gibt kein Zurück mehr, Siti. Es gibt kein Zurück mehr. Komm, wir bauen uns einfach hoch. Wir bauen das zu und tun so, als wäre nie was gewesen. Ja, ich habe nichts gesehen. Komm, komm, komm. Das ist unsere einzige Möglichkeit. Hier, so zack. Einmal hier. Zu, zu, zu. Warte, ich komme nicht raus. Ja, komm, komm hier, komm hier, komm hier, komm hier. So, zack, zack, zack. So. Okay, okay, okay. Das wäre nichts gewesen. Da unten ist er noch, oder? Das wäre nichts gewesen. Na, ist egal, ist egal. Mach zu, mach zu, mach zu. Ja, ist noch keiner gesehen. Hat keiner was gesehen. Okay, Siti, versprich mir, dass du niemanden davon erzählst. Niemand den erzählst. Das darf keiner erfahren. Oh Gott, ey, ich muss das erst mal verarbeiten, Siti. Wir sehen uns nachher, ne? Ja, ciao, Pat. Bis später. Ein paar Sekunden später. Oh, Siti, ich habe nochmal nachgedacht. Denkst du nicht, wir hätten das vielleicht nicht so machen sollen? Nee, aber was hätten wir sonst tun sollen, Siti? Ich weiß, ich habe auch keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, was geht, hey, was geht denn da ab? Ist das eine Versammlung? Das ist ein Grafstein. Warte mal, warte mal, warte mal, was geht denn da ab? Oh nein, oh nein, die haben es erfahren. Die haben es erfahren, die haben es erfahren, Siti. Oh mein Gott. Hilfe. Warte mal. Warte mal dahin stellen, zusammen. Ja, ja, hallo, wir sammeln. Hallo zusammen, tut mir her. Das ist kein schöner Tag, ne? Kein schöner Tag, wirklich. Was ist denn hier passiert, Mensch? Oh, wir haben uns heute versammelt, um uns vom Villager Willi zu verabschieden. Er war ein Villager, wie er kein anderer. Er hat viel zum Dorf beigetragen und ist auf mysteriöse Art und Weise gestorben. Ja, das tut mir auch wirklich total leid. Mein Beileid hier an dir. Ey, wirklich, mein Beileid, dass es genau den treffen musste, ne? Es ist echt eine Blume für dich. Es trifft immer die Falschen zum falschen Zeitpunkt, ne? Wirklich. Wir waren auch so jung. Ey, mei. Wir waren auch so jung, ey. Wirklich, wir waren auch so jung. Tut mir leid für Sie alle. Ja, wirklich. Kein schöner Tag, kein schöner Tag. Aber wir müssen jetzt auch wieder, wir müssen wieder los, ne? Ja, bis dann. Wir alle haben Villi geliebt. Möge er im Himmel ruhen. Ja, das stimmt, das stimmt. Okay. Das war einer der Guten, der war einer der Guten. Das war wirklich einer der Guten. Sinti, komm, wir gehen leider, ne? Ja, ja. Tschüss, Wiedersehen. Bis dann. Sinti, was haben wir getan? Wir sind im Eimer. Wir sind, wir müssen weg. Wir können hier nicht bleiben. Ey, Sinti, ich würde sagen, wir bleiben aber zumindest noch hier die Nacht. Und dann müssen wir uns ein anderes Zuhause suchen. Wir können hier nicht mehr bleiben. Ey, wir sind verloren. Wenn das jemand erfährt, dass wir das waren, weil es wurde gesagt, dass das auf mysteriöse Weise passiert ist. Wenn die wüssten, dass das ein Prank war, dann... Wir sind in den Knast. Wir müssen in den Knast. Wir müssen weg, Pat. Wir müssen hier unbedingt weg. Sinti, wir machen folgendes. Wir warten, bis heute die Nacht anbricht und dann geht's irgendwo weg. Ich weiß auch nicht, wo. Ich weiß auch nicht, aber wir haben keine Wahl. Die Polizei sucht uns am Ende noch. Komm. Ja, wir müssen schnell weg. Okay, heute Abend geht's los. Genau, Sinti, wir sehen uns später, ne? Bis später, mein Freund. Bis später, ciao. Eine Ewigkeit später. Oh Gott, Leute. Ich konnte einfach die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich... Oh mein Gott, was ist denn hier passiert? Heiliger Wack. Was ist hier passiert, Leute? Oh mein Gott, ich werde angegriffen von den ganzen Monstern. Was ist denn hier vor? Oh mein Gott. Schau dir jetzt an, das ganze Village ist drauf. Es sieht einfach super groß aus. Hilfe. Hilfe. Und was verfolgt mich denn jetzt hier eigentlich? Irgendwelche Köpfe? Das ist ein Schafskopf. WTF, Leute, WTF, das ist ja... Was ist hier in diesem Village da drauf... Was ist hier in diesem Village da drauf passiert? Gott sei Dank habe ich noch Goldäpfel am Start gehabt, aber das hätte echt böse ausgehen können. Da kommen schon die nächsten Monster aus dem Loch. Ey, das ist der reinste Wahnsinn. Das ist der reinste Wahnsinn. Oh mein Gott. Leute, oh mein Gott. Okay, okay, okay. Ich gehe mal ganz jetzt hier hoch aufs Dach. So. Also ich kann das wirklich nicht glauben. Ich kann das wirklich nicht glauben, was hier gerade abgeht. Was geht denn da ab? Was geht denn da ab? Das ist doch der Geist vom Villager. Was macht der denn da? Oh Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss mich verstecken. Ich muss mich verstecken. Ich darf mich bloß nicht sehen. Schaut euch das was vor an. Irgendwelche komischen Monster sind jetzt hier auch einfach mal aufgetaucht in diesem Dorf. Das ist ja verrückt. Das ist verrückt. Wenn das so ein Tier fährt. Oh mein Gott. Ich verstecke mich hinter. Ich verstecke mich hinter. Ich darf mich bloß nicht sehen. Ich darf mich bloß nicht sehen. Leute. Leute. WC auf der Haut. Oh Gott. Nicht, dass er mich gesehen hat. Nicht, dass er mich gesehen hat. Was macht der denn? Was ist denn seine Mission jetzt? Was ist denn seine Mission? Was will dieser Geist machen? Will er Rache nehmen an Sinti und mehr? Also ich muss sagen, es war Sinti. Wenn er war, Sinti. Nicht ich. Sinti wollte das. Er wollte diesen Prank machen. Nicht ich. Okay, Leute. Okay, Leute. Ich glaube, ich muss Sinti wecken. Ich glaube, ich muss Sinti wecken. Wir müssen hier jetzt allerspätestens wirklich weg. Wenn dieser komische Geist uns sieht, der zerfetzt uns ins Teile. Wir sehen am Ende aus wie der Typ da hinten. Das will ich auf keinen Fall einheben, das Risiko. Das Problem, was ich hier habe, sind diese ganzen Mobs. Das ist so eine Spinne schon wieder. Leute, schau euch diese eklige Spinne an. Was ist das denn? Ein Kuhkopf? Ist das ein Kuhkopf? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier mutiert alles. Hier mutiert alles, Sinti. Wir müssen weg. Ich habe ein Messer dabei. Wir müssen weg. Oh mein Gott. Hör all die Spinne von mir weg. Was ist denn das? Was ist denn das? Ich werde verrückt, Sinti. Hau die Kuh weg. Die ist mutiert. Diese Kuh ist eine Killer-Kuh. Die ist eine Killer-Kuh. Hau ab. Hau ab. Geh weg. Sinti, wir müssen weg. Wir müssen weg. Hau die Kuh kaputt. Hier, komm her. Du Kuh. Das ist so eine richtige Killer-Kuh. Geh weg. Boah, was passiert mit mir? Es ist der Wahnsinn, Sinti. Es ist der Wahnsinn. Dieses Villager-Dorf mutiert einfach mal, seitdem wir diesen komischen Villager umgebracht haben. Äh, geprickt haben. Ja, bin ich umgebracht. Der ist reingefallen. Der ist reingefallen. Aber man muss auch sagen, die Idee kam ja von dir, nicht von mir. Warte mal. Hä? Nein. Das war doch nicht. Also komm. Der Grundsatz mit diesem Prick, das kam von dir. Du meintest, lass uns mal rechnen. Aber du hast das Loch so tief gebaut. Nicht ich. Aber du hast ihn daheim gelockt. Jein. Egal. Komm, wir haben alles einzuverliert. Ich würde schon sagen, dass es so irgendwie deine Idee so mehr war. Nein, es war deine Idee. Wenn die Blödsinn kommt, machst du es. Nein. Nein, wenn jetzt jemand fragen würde, so in dem Interview, dann würde ich sagen, Sinti war es, ne? Ich hätte gesagt, du hast das Loch so tief gebaut, dass er halt einfach nicht anders kommt. Weißt du, was sind die? Das bringt mir nichts. Wir brauchen ein neues. Wir müssen was Neues finden wir. Wo sind wir hier eigentlich? Warum ist es hier so dunkel? Warum ist hier alles mutiert? Das ist dieses Häuschen. Du kennst das doch. Wo? Welches Häuschen denn? Die alte Gruselvilla da hinten. Welche Gruselvilla? Oh mein Gott, was ist denn das? Was ist das denn? Das ist doch nicht die Gruselvilla. Das ist die alte Gruselvilla, die Opa Francesco erzählt hat. Nein, 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 nein. Also ich muss sagen, die sieht ja schon echt gruselig aus. Aber ist die das denn wirklich, Sinti? Oh mein Gott. Ich glaube, das ist sie, Pat. Was ist das denn? Und auf einmal fangen wir an, Blitze einzuschlagen. Freunde, was? Oh mein Gott, es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, Freunde. Aber was sind denn das hier alles für komische Köpfe, die da liegen? Wo sind sie denn gelandet? Das sind doch nicht wirklich alles Spieler, oder sind sie? Nee, oh mein Gott. Oh mein Gott, es hätte gar nicht auf zu blitzen. Aber sollen wir nicht lieber unter einem Stein schlafen, als da reinzugehen? Ja, aber mir ist kalt, Pat. Oh, du hast auch recht, warte mal, was ist denn hier alles? Oh mein Gott, da sind aber richtig viele Köpfe, dass wir hier gar nicht mehr lebendig rauskommen. Ich habe ein bisschen Angst. Ja, aber... Oh mein Gott, hier ist sogar alles mutiert, alles blutig. Oh mein Gott, was ist das denn hier? Hier sind Skelette. Ich traue mich ehrlich gesagt nicht so ganz da reinzugehen, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Ich auch nicht. Aber das bleibt jetzt anders üblich. Es ist schon wieder dunkel. Es wird langsam dunkel, ne? Es wird immer schlimmer. Okay, Sinti, weißt du was? Weißt du was? Wir gehen rein, wir gehen rein. Aber zusammen, ne? Zusammen. Zusammen. Nicht, dass wieder meine Idee war, ne? Geistblut, wie eklig ist das, ey? Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Oh mein Gott, oh mein Gott, das ist so schlimm hier. Es ist so schlimm hier, okay. Ich habe so Angst, ich habe so Angst. Also folgendes, ich mache jetzt mal die Tür auf, würde ich sagen, so. Okay. Und dann gucken wir mal. Oh mein Gott, Sinti, siehst du das da? Siehst du das da? Es ist genauso gruselig, wie Opa Francesco immer erzählt hat. Da sind sogar schon Leichen an der Wand. WTF. Warte mal, warte mal, vielleicht... Hallo, ist hier jemand? Da ist ein Geist, Hilfe! Da war ein Geist, Sinti! Da war ein Geist. Oh mein Gott, Alter Schwede, Sinti, ich brauche ein Schwert, ich brauche ein Schwert, ich brauche ein Schwert. Hier, nimm mal ein Diamant, aber pass auf. Okay, 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 ich passe auf jeden Fall auf. Sinti, ich sage mal so, ganz ehrlich, ich habe ein schlechtes Gewissen, Gefühl dabei, besser gesagt. Ich auch. Egal, wir gehen mal vorsichtig rein. Ich habe ja Goldäpfel dabei, ich habe ein Diamantschwert dabei. Brauchst du sonst noch irgendwas? Okay, okay, ja, ich glaube, das sollte passen, sollte passen. Sinti, Sinti, nein! Nein! Ich komme nicht rein! Nein! Was soll ich machen? Ich komme von außen rein. Was soll ich machen? Hilfe! Hilfe, Sinti! Ich suche nach dem Hintereingang, okay? Okay, Sinti, bleib aber nicht. Geh nicht weg, geh nicht weg. Ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Ich passe auf, ich suche einen Hintereingang, okay, Pat? Okay, okay, okay. Bis gleich, warte, wir schaffen das. Bis gleich. Oh Gott, Freunde, wenn ich jetzt hier in dieser komischen Gruselvilla sterbe, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber ich muss das Beste daraus machen. Ich mache jetzt einfach mal das Beste daraus und schaue mal, was hier so drin steckt. Alter Schwede, Spinnnetze, ganz viele komische Leichen. Oh Gott, und was ist das hier? Irgend so eine komische Gruselkreatur, Freunde, die hat mich doch nicht gesehen, oder? Diese komische Gruselkreatur hat mich nicht gesehen, oder? Oh Gott, wer ist denn das? Wer ist denn das? Oh mein Gott! Heilige Makrele, wer war das denn? Wer war das denn? Alter Schwede, okay, okay. Da ist irgendeine komische Gestalt. Irgendein komischer Geist war da, aber ich habe keine Ahnung, was für ein Geist das war. Alter Schwede, wo ist dieser komischer Typ jetzt hin? Ey, es ist so gruselig hier. Es ist so gruselig. Da ist er! Freunde, da ist er! Oh mein Gott, der darf mich nicht sehen. Der darf mich nicht sehen. Was macht der denn da? Was macht der denn da? Der macht... Blitze? Schlagen ein Blitze. Oh mein Gott! Der schlagt irgendwelche Blitze ein. WTF? WTF? Was macht der denn da? Alter Schwede, die Blitze schlagen hier die ganze Zeit ein. Was ist denn das, Freunde? Was ist denn das? Hä? Der verwandelt sich. Was wandelt der sich denn? Oh mein Gott, der wird... Das ist der Villager. Das ist der Villager, Freunde. Das war der Geist. Das war der Geist vom Villager. Der hat sich einfach mal verwandelt. Oh mein Gott, Freunde. Das ist gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Was geht denn jetzt hier ab? Okay, Leute. Ich muss flüchten. Ich muss flüchten. Wie komme ich jetzt hier raus? Wie komme ich hier raus? Hier gibt es keine... Wo ist denn eigentlich Sinti, Mann? Sinti meinte doch, der kommt noch. Wir helfen. WTF, Freunde. WTF? Oh Gott. Oh Gott, was sind das für Potions, Leute? Okay, okay, okay. Ich muss weg. 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 Aber jetzt alles abgeschlossen. Da ist abgeschlossen. Oh nein, nein, nein. Was ist da? Nein, nein. Ich muss hoch. Ich muss hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, okay, Leute. Oh Gott. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Der kommt. Oh Gott. Ich gehe hoch. Was macht er denn da? Was macht er denn da? Was macht er denn da? Hilfe. Kommt er denn jetzt nach oben? Er läuft verwirrt herum. Er läuft ganz verwirrt herum. Er wirft mit Potions. Er wirft einfach mal verwirrt mit Potions. Oh Leute, was soll ich denn hier machen? Was soll ich denn hier machen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber hoffentlich kommt er jetzt nicht nach oben. Hoffentlich kommt er jetzt nicht nach oben. Weil sonst wüsste ich auch nicht, was ich machen soll. Alter, was macht er denn da? Also er wirft die ganze Zeit nur mit Potions. Er sieht einfach mal so gruselig aus. Dieser komische Village. Aber was macht er? Nein, er kommt nach oben. Er kommt nach oben, Leute. Oh mein Gott. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Oh Gott. Hoffentlich sieht er mich nicht. Hoffentlich sieht er mich nicht. Hallo. Ist hier jemand? Ich habe auf dich gewartet. Komm raus. Oh Freunde, was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Der Typ, der ist ein Psycho. Ich meine, schaut euch den einfach mal an. Der wird mit mir garantiert nichts Gutes vorhaben. Alter Schwede. Kann er auch mal abhauen? Kann er mal abhauen? Na, wenn du nicht rauskommst, dann sehen wir uns halt später. Ich habe Zeit. Alle Zeit. Der Welt. Oh Gott, Leute. Ich habe Angst. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Nicht, dass er mich hier sieht. Er wird mich auch zerfleischen. Das ist der Typ, der will Rache nehmen. Das ist der Villager aus dem Dorf. Den sind hier und ich geprankt haben. Und Sinti hat sich jetzt einfach aus dem Staub gemacht. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Oh mein Gott. 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 Okay. 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 Der Villager ist jetzt hier in der ersten Etage. Oh, er geht runter. Okay. Ich muss auf jeden Fall irgendeinen Schlüssel finden, Freunde. Irgendein Schlüssel muss hier sein. Wir sehen, da ist auf jeden Fall ein Schloss. Da vorne ist auch ein Schloss. Und jetzt muss ich irgendwie den Schlüssel finden, um da rauszukommen. Wie zur Hölle soll ich hier rauskommen, Freunde? Ich gehe mal hier rein. Oh Gott. Das sieht nicht besser aus. Ist das nicht sogar der Grabstein aus dem Villager-Dorf? Und jetzt fängt es wieder an zu dollern draußen. Es fängt wieder an zu dollern draußen, Freunde. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Wo bin ich hier gelandet? Sinti wollte mir doch zur Hilfe eilen. Okay, Leute. Okay, Leute. Ich mache die Tür zu. Ich mache die Tür zu. Was ist hier? Was ist hier? Okay. Da ist ein Skelett. Ein Skelett. Oh Gott. Die ist wirklich zu. Die Tür. Oh nein. Der ist ja schon wieder unten. Okay, Leute. Ich muss hier irgendwas ausprobieren. Hier Feuer vielleicht. Zack, zack. Hier vielleicht. Oh Gott. Die Kammer lässt sich öffnen. Okay. Die Kammer lässt sich öffnen. Was ist denn hier drin? Was ist denn hier drin? Also hier ist anscheinend irgend so ein geheimer Raum. Okay. Aber. Oh Gott. Da darf ich es sehen. Oh Gott. Was war das denn? Alter Schwede. Alter Schwede, Freunde. Da war der Villager. Oh nein. Ich bin eingesperrt in dieser Kammer. Was ist denn das hier für eine Kammer? Das ist glaube ich eine Experimentierkammer. Schaut euch das mal an. Da sind Villagerköpfe am Start. Da sind Villagerköpfe. Hier sind auch vorne Villagerköpfe. Was zur Hölle ist das hier, Freunde? Was zur Hölle ist das hier? Oh nein. Ich sehe da eine Kiste. Da ist eine Kiste, Freunde. Wir müssen irgendwie dahinter kommen. Wie können wir denn da reinkommen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, Freunde. Warum? Warum muss mir das immer passieren? Und wo zur Hölle? Zum zehnten Mal ist Sinti. Sinti, wo bist du? Oh Gott. Okay. Okay, Leute. Ruhig bleiben. Ruhig bleiben. Was kann ich machen? Was kann ich machen? Oh mein Gott. Der Schalter ist weggetan. Und? Wir sehen. Da ist ein Schlüssel, Leute. Das ist der Master-Schlüssel. Wir kommen raus. Wir sind gerettet. Okay. Okay. Also, Leute. Ganz, ganz ruhig. Wir werden jetzt ganz schnell rausrennen. So, ich mache jetzt einmal gleich die Tür runter. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass das Villager da nicht irgendwo ist. Aber eigentlich höre ich da jetzt draußen zumindest keine Sounds. So, ich mache jetzt einmal ganz kurz runter. Schauen vorsichtig raus. Scheint nicht frei zu sein, die Luft. Perfekt, Leute. Okay. So, jetzt schleichen wir uns hier einfach nur noch heraus. Wir nehmen da den Schlüssel. Packen den hier rein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Okay, Leute. Die Luft ist frei. Wir sind frei. Oh Gott. Oh Gott. Okay, Leute. Wir sehen. Keiner ist hinter uns. Das ist perfekt. Das hat funktioniert, Leute. Ich bin so froh. Okay, ab geht's nach Hause. Ab geht's nach Hause. Und... Nein!